...können ohne irgendeinen Nutzen für das eigene Volk zu ziehen. Ohne Nutzen bleibt nur Schaden. Und dabei gibt es immer häufig noch die vermeintlichen Ansprüche, die nicht vorrangig um die Lache der eigenen Leute. So kann es dann sein, dass in Nordrhein-Westfalen ein Kleidmauer vor dem ULG Hamm gegen den Stuhlversorger der Niederlande kommt. Er meint, nordrhein-westfälische Abgasen von seinem Hausgletscher. Herr Zubeil, wünsche mir zu, Alerta, Alerta! Wir schauen hier, 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 wir schauen hier. Das ist ein Jawor, wir schauen hier, wir schauen hier, wir hecho nicht Worst zu kriegen. Um zu�?! Der Worte dessen, der Schadenumssenz, der So��, der Sohn, der Land, der Außenapnenzent, der Sie nachbinden, der Umgeburt der Bengel erhebt, und derionsgroß Motiv ist die Ordnung in der Bulgaria und der Erwürsiassen. Man muss immer Meat지� haben. Einen Teuf! Also, Sie meinen Beinen auch nicht diesen Rahnrengen, Tale. Ja, ich bin in Düsseldorf, unserer NRW Hauptstadt, über 6000 Japanen, wo Bebe nicht verliebt. Die Presse. Wo haben sie den Presseausweis? Was aber macht die Klöckenheit, wenn er mit der Nacht sie hat? Was aber macht die Klöckenheit, wenn er mit der Nacht sie hat? Was aber macht die Klöckenheit, wenn er mit der Nacht sie hat? Was aber macht die Klöckenheit, wenn er mit der Nacht sie hat? Was aber macht die Klöckenheit, wenn er mit der Nacht sie hat? Was aber macht die Klöckenheit, wenn er mit der Nacht sie hat? Was aber macht die Klöckenheit, wenn er mit der Nacht sie hat? Was aber macht die Klöckenheit, wenn er mit der Nacht sie hat? Wir haben zusammen mit unseren Kindern in gemeinsame Schulen gesteckt. Wir wollen uns auch nicht daran gewöhnen, dass Bürger auf allen Dingen zu laufen und Mädchen, die uns nicht mehr sicher machen, dass unsere Grenzen unbewacht und schützen sind, dass wir im Klaren beherrscht in Stadtführern haben, in denen sich die Brüder nicht mehr sicher machen. Wir wollen uns auch nicht, dass wir im Klaren beherrscht haben. Wir wollen uns auch nicht, dass wir im Klaren beherrscht haben. Der Islam ist ein starker Glauben, der von seinen Anhängern in die Vergangenheit mit Feuer und Schweren nach Europa gebracht. Wir wollen uns auch nicht weiter direstarten. Herr rapping gerne, bitte.